Führerschein mit Sicherheit. Willkommen bei der Fahrschule Kreiter. Seit über 70 Jahren setzen wir Trends in Sachen Führerschein, Weiterbildung und Verkehrssicherheit. Wir bilden alle Führerscheinklassen aus. Ohne Wenn und Aber. Auch Stapler, Ladekran oder Gefahrgutfahrer. Gerne auch mit AZAV Bildungsgutschein. Vom Mofa bis zum Berufskraftfahrer. Bei uns sind sie richtig. Profitieren auch sie von unserem hauseigenen Verkehrsübungspark auf 12.000 Quadratmetern geschützter Trainingsfläche. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und informieren Sie gerne unverbindlich über unsere Leistungen. Kreiter bringt sie weiter. Ihre persönliche Fahrschule in Siegburg, St. Augustin und Loma. Die Kinder aus der Kita Niederpleis in St. Augustin hatten mit ihrem künstlerischen Geschick das geschafft, wovon viele Kinder träumen. Sie gewannen einen Besuch von ihren Lieblingsmoderatoren aus dem Fernsehen. Wir sind hier, weil die Kita Niederpleis, die hat uns gewonnen sozusagen. Einen ganzen Tag lang. Wir sind mit Kika kommt zu dir hier. Ein Projekt, was es jetzt schon seit drei Jahren beim Kika gibt, wo Kitas aus ganz Deutschland sich bewerben und einen Besuch von uns gewinnen können. Wir sind mit Kika Niederpleis. Wir verbringen den ganzen Tag mit den Kindern. Von Frühstück bis Mittagessen, Spielen, Tanzen. Wir hoffen uns vor allen Dingen, dass die Kinder Spaß haben. Also wir sind wirklich für die Kids hier. Wir sind ja mittlerweile auch ohne Kamera unterwegs. Also wir haben zwar einen Fotografen da, der das Ganze festhält, aber es ist nicht mehr, das war in den letzten zwei Jahren war das noch so, dass noch eine Kamera dabei war, dass wir das für den Kika auch aufgenommen haben oder fürs Netz. Jetzt sind wir wirklich völlig nur für die Kids da. Wir spielen mit denen eben, wir basteln und dann abends tanzen wir. Und wichtig ist, dass die Kinder einfach einen großartigen Tag haben, an den sie sich zurückerinnern, wo ihre Helden und vor allem die Kikaninchen einfach wirklich da waren. Hunderte von Kindern aus Tanzgruppen, Schulklassen, Kindergärten und Kindertagesstätten aus ganz Deutschland hatten sich bei Kika kommt zu dir um einmalige Erlebnisse mit ihren Helden aus dem TV-Programm beworben. Wir haben über Eltern erfahren, von denen der Kinderkanal ein Preisserschreiben macht mit Malwettbewerb. Und dann haben wir mit den Kollegen gesprochen und die haben gesagt, okay, machen wir mit. Und dann haben die Gruppen mitgemacht, haben zwei Bilder hergestellt, die haben wir eingeschickt. Ja, und waren dann überrascht bei so vielen, dass wir unter den dreien, die gewonnen haben, sind. Die Gewinner der verschiedenen Mitmachaktionen wurden direkt von ihren Kika-Stars überrascht. Die Kids aus Niederkleis freuten sich dabei auf eine tolle Monsterparty, nachdem sie vorher natürlich noch ausgiebig mit Christian und Anni gespielt und mit dem Kikaninchen gekuschelt und getanzt haben.